Sorry Leute, mein Steam war wieder aus. Klatschen ist angesagt. Sind die gegen uns, diese Frau aus, keine Ahnung was, du Amalgam-Güller? Ja. Rebellion kommt auch, ne? Natürlich, die haben wir auch angesprochen. Ah, noch nicht. Die haben mich dann abgeschlagen. Haut die Leute runter, Alter. Ich hatte die Leute. Schlecht, ne? Ich bin tot. Warte. Oder hast du gebrochen? Kann mich einer essen? Ich versuch's. Oder muss ich scrollen? Mich arrest? Ja, ich hab's nicht. Nee, doch, ich hab's nicht. Mich hat gar nicht. Nee, du bist aber der Rest. Ab und zu mal, ähm, sehr zu viel zu sehen. Also, die, äh, äh, die Rebellen, die Freunden, die Freunden, die normalen? Du hast mir auch schon auf den Beinen. Ja. Ah. Das ist ein bisschen. Ah. 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 Die Nykaa ist auch irgendwie weg, oder? Kann mich jemand dressen? Komm, ich bin bereit. Oh mein Gott, der Kling hat mich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin bereit. Hier, Rudiment, der ist nicht sehr stark. Geht da unten Da ist Fallbeier Du kannst das helfen Du kannst das helfen Du kannst das helfen Das geht, musst du nur nicht abblicken Doch, das geht Okay Bauer Immer mit mehr Leuten auf ein gehen Und immer durch das Möglichkeit So Und resten natürlich auch Geht nur auf diesen The Warrior los Der Rest die ganze Zeit Ein paar Farms genau die So, dann sollten das Herz anbleiben Die Königkeit bitte nicht so früh wie PvP machen Das ist richtig Ja, wie erst ich bin Okay, gut Okay Boah Jetzt knallt er auch noch Das neue Was wir machen möchten Ja, toll Hat ihn mitgemacht So So Ähm Mich hat sehr gezogen Ähhhhh Schnell knallen Boah Wie fest denn Das Herz aber nicht bis zum Ende runterhauen Nicht vergessen Das könnt ihr auch gerne ändern Und die Das soll definitiv nicht bis zum Schluss runtergeräten Ja Ja Debug mal hier mit Amalgam Kann man zum einen gelandet Und dann muss ich den so weg Ja Ja Wir können schon sagen Langsam können wir schon aufhören Das Herz zu hitten Das hat ja schon Trum verloren oder so Das ist ja nur um Vorsprung ein bisschen zu holen Der Vorsprung ist auch nicht Amalgam hat die Potenz Und die wie Ja Ach ja Dude No one Number one No one No one Na Ich bin Oh Ich beach dich hin Keule Das ist ja Alles gefahr Damit Komma an Fest Oh 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 Ich weiß gar nicht, warum ich alle Zähne zahle. Warum zieht hier sehr krank? Ja, ist natürlich egal, wir haben jeden Vorsprung aufs Herz, aber wir brauchen auch kein Sechzig. Hört mal langsam auf, das Herz zu rütteln, ne Leute? Bis zur Hälfte, bis zur Hälfte. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte wäre schon heiß, wenn das hätte. Ja, wenn die anderen so hier und hier dann einmal zusammenarbeiten wollten. Ja stimmt. Wir reparen. Wir reparen gerade? Wir reparen gerade? Wir reparen gerade? Wir sind gerade ein bisschen HP gekommen. Wir können hier 4 oder 5 mal hin, oder? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Mehr als die Wiener unter uns. Bis zur Hälfte mehr nicht, sonst gehen auf einmal die anderen drauf und wir nehmen den automatisch rein, weißt du das? Wie seht ihr langsam an, wenn wir Spotschosen gemacht haben? Nicht mehr als die Hälfte. Ja, bis zur Hälfte und dann... Wir spielen noch mal. Ich bin vor acht, ey. Oh, ich bin gleich tot. Jetzt kann ich hier mal dressen. Ja, das ist eine ganze Zeit. Hier, Luna, ja. Ich klatsche jetzt an. Ja. Ich weiß nicht mehr, die wir blushen können, die wir nur noch nicht aufnähten sehen. Wir müssen hier noch mal, was jetzt passt. Und wir sind noch alles in der Hälfte, den Hälften zu sehen. Ja, nicht mehr aufs Herz hau'n Juri Ah, dann hab ich F-Ass Ja, der Typ hat Slow, ne? Er hat's dem Harder-Fullback, wie sieht er so war, ja? Gut Warten wir mal zum Lebensfeld Einzelner Splitz Wie gesagt, krieg mir aufs Herz hau'n Komm, geh hinter dir ist Martinelli Nicht mehr aufs Herz hau'n Ah, dann nix Aufwärmlich Keine gute Idee Bei wie viel sind wir aber Niemand Nummer 1? Rufus, du schaust da Rufus, guck mal einen von mir Bam! Er ist entbohren Oh ne Scheiß, was du? Ich hab'n zu viel ganz krank Ah Oh ne Scheiß, was du? Oh ne Scheiß Wohl Hast du Lust? Joa, wir gehen hier zu 5 aufs Tankroof Nerv Wolle mal weg ist Alles in der Schirmbräcke, was wir jetzt tun Black Mask geht immer noch aufs fucking Herz Ja, wenn einer ist, ist es schlimm Black Mask hat Fall Attack No Attack Was ist das für einer? Das ist ein Taruk, doch egal, dafür steht kein Wund Deswegen sollten wir das auch weg Ich hab's ihn gerade noch beim Endgespringen Von, ze Butcher, der ist low Ja, ich... Ich mach die ganze Zeit um, okay, das nervt schon wieder heftig Ist schon down Luna gehört Das gibt's schon von vielen von uns gar mal Ja, oh fuck Ah, er hat noch down nur Ja, jetzt hat er auch down Wie oft der wieder aufsteht, hallo? Naja, das heißt, langsam zeigt sich, dass wir in der Überhandlung sind, oder? Bitte? So langsam zeigt sich, dass wir in der Überhandlung sind Weil das werden immer weniger Ja, ja Soll es doch sein Ja Das sind nur noch die Stärkste eigentlich Ja So war das Unbestes Hochzimmer bei Ihnen Oder den Aber wir sollten uns noch zu nichts Die werden, die regroupen jetzt Die sollten den Tower nicht mehr angreifen Nicht mehr das Herz angreifen Ich würde es nicht Ein bisschen weiter runter bei uns Nein, gar nicht mehr Nein, gar nicht Gar nicht Guck mal, wenn die jetzt regroupen und die laufen alle aufs Herz Dann kriegen die das Herz Und was ist dann? Dann haben wir den Pumms Dann haben die eine halbe Stunde Zeit, um es einzurechen Aber der Pumms Und der Pumms wird uns dann auch angreifen Das ist der Punkt Ja Wir haben schon das meiste im Herz runter gehauen Und das könnte nach sein sollten Und das Herz ist kurz vor da Und dann gehen wir kurz drauf Und klatschen das hin runter Und dann haben wir den Pumms So So Aber irgendein Eschert ist volle Kanne Es ist krass Es ist hammer Ja, so wie es aussieht Sieht es gut aus Das blöde ist Wir dürfen jetzt das Herz nicht so schnell runter Das ist sehr, sehr wichtig Bis jetzt sieht es wirklich gut aus Ja, Leute Es tut mir so leid Aber irgendwie spinnt das Programm richtig Da kann ich auch nix machen Ich werde sie wahrscheinlich Windows 10 wieder deinstallieren Weiß ich kipp den Nein Jetzt habe ich nicht geachtet Ich hatte keins noch Der hat mir gegeben Ja, Mann Ja, wir feilten ohne Bob Komm, 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 komm Ja Das ist wegen Hau die weg, ey Was ist das denn, ey? Schreibt mich noch nicht an das Genau, oder? Boah Das ist ja vier Danke, Tashi Noch da Noch da Noch da Ja Jetzt ist vorbei 30 Minuten noch, Leute Ja Ja Haut ihr alle Herz weg Alle, die am Herzen sind Unter Augen Nachteil ist, wir können das Herz halt noch nicht fielen Ja Ja Die Rest sind jetzt durch Ja 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 Das ist eine Phase Mal noch Live-Steam hat hier auch Wir klären die letzten Ja Wir klären sie nicht Wir klären sie nicht Gut Gut Okay Das Herz hat noch Hälfte Ja Ja Späten, ob wir Späten da noch Martinelle ist Ja Der tank hat ganz gut Der Späler, oder? Ja Der Späler, wie gesagt Ja Ich kann diesen Scheiß Martin hat doch gar nicht mehr 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 Hat er Ja, liegt da Ist das? So Ich kann es auch nicht mehr Ich kann es auch nicht mehr Oh, mein Gamm hat gebugged Der Rest kommt immer rein Ja, die werden jetzt Der TV und Impotent Okay Ich geh mal kurz Flora, wenn ich die Westen Ah, das wird ein Blader Das Darf man nur zufrieden Aber Hier von der anderen Seite The Warrior of the greift auch das Herz an Okay, da War nur einer, aber egal Vielleicht Da haben wir auch noch Modi Leute Und unsere Leute sollten das fucking Herz Nicht mehr angreifen, bitte Der Black Mass Aber das Sag mal der Black Mass Ich glaub der Peil ist da nicht Wie wir wollen Der ist Keine Ahnung Sehr gut Was ist das? Was ist AXA? Was ist AXA? Was ist AXA? Kino kommen mit Glavie oder was? Nein Wow Immer schön debuffen Nicht vergessen, ne? Ja Hier kann man schwer Ich glaube Ich bin zu Hause 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 Ich bin zu Ich bin zuhause Ich bin zuhause Das wäre ein wenig dran Ich bin zuhause Ja, irgendwie Khadon Oh, was denn? Das war denkbar Ich bin tot. Lunadel lebt wieder grad dran. Ich hab's jetzt so schön für uns den Karten. Oh, da geht ja einer von uns. Lunadel rand immer weg von mir, das ist voll anweilig. Wieso nur? Sonst warten wir irgendwie mal die Läufer, ne? Wie kommt das jetzt? Überzeugt. Aber jetzt mal ein, wie mehr Leute da sind, ne? Zwei Partys. Ja, die sind von Rebellion. Und die Leute auch gehört. Und die Leute auch gehört. Und die Leute haben sie auch gehört, die anderen. Ja, aber das heißt, der darf ich nicht tun. Wenn Jemann noch plötzlich fällt, noch mal die Fallen klatschen, würden wir sie auch backen. Ja, die Kämpfer regnet ihn auch. Boah, mein Kampfer ist ja ruhig geklischt. Ja, wenn er aufs Herz haut, dann gibt die Lockdown. Nee, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Eddy, geh mal gleich wieder auf Lunagirl mit drauf. Bitte. Auf wen? Auf wen? Lunagirl. Wo ist er denn mit 14 oder so? Ja, der steht jetzt die ganze Zeit nicht. Ja, die Batsche hab ich an den Debuff. Nügt den rein. Man hört den zu. Floriv raus zu holen bis das geht. Ah, Quops. Ich hab noch Back from us. Hier ist unter ... Ich hab's gedebuffed Ich muss kurz ein item raus Ich geb ihn offen Ah, Division? Die ist voll Gib dir jetzt Division Ah, Todes Ah, where are you from? Debuff Martinelli ist jetzt wieder aggressend Okay, würde er auf vorne stehen Massengestecher ist das Amalgam steht wieder Verarschen? Er ist zwar ein Tanker Aber da haben doch drei Leute auf ihn reingeschlopft Warum steht da noch? Da greift jemand Da greift jemand